Ah meine Nase juckt, Tobi! Ah, ist doch geil! Weißt du was jetzt in den Titel kommt? Logo Board Nase! Tschüüüüüühe Leute, herzt Willkommen zu einer weiteren Folge Mario Party. Riterm Logo. Hiiii! Logo, hast du dein Sojmbrero schon auf? Aber sowas verdient! Du musst hier ja den Augen aufsetzen! Tschüüü- Geil! Du musst das so liquide machen. Tschüüüü! Geil. Die Kamera wird nicht mehr dabben. Ja, ich auch nicht. Alter, das geht ja voll... Ich fühl mich so ein bisschen zwei Meter größer oder so. Ja, ich fühl mich fünf Meter breiter mit dem Ding. Aber nur die Zeit. Okay, Tobi, let's do this. Schaffen wir das. Was ist da was von? Oh Gott, die Sombrero-Kings werden es schaffen. Oh, ich bin Cutie Hopper. Oh ja. Schuh, 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 schuh. So Leute, wir sind jetzt in game. Hä? Achso, schuh, 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 schuh. Okay, fünf. Ich hab ne sechst. Was, ist das dein Ernst? Aber dafür bin ich auf Browserfeld. Oh mein Gott, nein. Boah, der super sombrero hat mir drei Felder nach vorne geworfen. Was? Irgendwie habe ich immer auf Browserfelder nur immer Glück. Einer sogar schon auf Felder. Das, äh, fällt 10. Oh, meine Nase juckt, Tobi. Oh, bitte schneid es raus. Oh, ja, so geil. Weißt du, was jetzt in den Titel kommt? Logo-Board-Nase. No, da wird das so gephotoshoppt. Oh, mein. Was hat das hier backt? Eigentlich könnten wir ja pur mit dem Sombrero eingefühl liegen, oder? Wie, was? Ja, eigentlich könntest du so wieder mit dem Sombrero... Hä, ich bugge, ich bugge, aber zurück zum Checkpoint. Geil, ich hab irgendwie so einen Kreis da gebaggt. Ich bin einfach hängen geblieben. Ja, ich auch. Und, nur meins. Hä? Ich fliege irgendwie immer gegen die Wand. Bam! Erster Checkpoint gereached. Nice, nice. Hoch, hoch. Nur meins, yes. Nice, nice. Oh, nein. Nein, ich hab zwar den Checkpoint gekriegt, aber ich bin nicht... Du hast dich aufgesammelt, oder? Nee. Ja, GG. Ich bin quasi nicht drangekommen. Ich bin vorher abgestützt. Ich bin am letzten Ring quasi hängen geblieben. Ring geschissen. So, ich hab den Ching-Chang-Point erreicht. Der Ching-Chang-Chang-Chang-Chang-Chang-Chang-Chang-Point. Boom! Bam, ich hab's geschafft. Nein. Man kann ja jetzt eh schon... Man kann auch Dritter werden. Ja, komm. Oh, oh, oh. Nein! Nein! Oh, schüch-geil! Tschüss! Richtig, Ring geschickt. Oh, da kommt... Nein, der Ring ist so hart, Mann! Der Richtigste! Das hat Stein halt so an sich. Jetzt hast du verloren. Alter, vor allem der geht so runter. Das war... Ich bin jetzt schwer. Naja, gut. Immerhin vierter. Nutzen die eigentlich in Mexiko... Du belegst den sechsten Platz. Nice. Was nutzen die in Mexiko? Ein Kazoo? Oh, eine Führung, eine Führung. Soll ich das wissen? Soll ich das jetzt auch noch googeln? Keine Ahnung. Hey, ich bugge die ganze Zeit in der Luft. Ah, jetzt bin ich wieder auf dem Boden. Der Tatsache. Hey, ich bugge total. Ich bin immer noch in diesem Elytra-Modus. Echt jetzt? Dann komm mal wieder runter. Geht's jetzt? Das hast du Glück jetzt nicht mehr. Heißer Boden. Ja, das kennen doch die Mexikaner. Ja, auf Kohlen laufen. Weißt du, wie jetzt als erstes hinfällt? Der Schurgei neben mir. Hinter dir, meinst du? Ja, jetzt gleich nicht mehr. Oh, ich sollte nicht die ganze Zeit im F5-Foto so, denn das tut mir nicht gut. Und das Ombrello verdeckt meine Sicht. Ich bin mir voll unentschastet. Nein, nein, bitte tu das nicht. Oh, 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 es sieht gut aus. Komm. Oh Gott, das wird jetzt ein riesen Jump'n'Run-Spaß. Nein, nicht dein Ernst, oder? Was ist denn? Das ist nicht dein Ernst. Das war ein richtiger Schurgei-Movement. Bist du ausgeschieden? Ja. Oh mein Gott. Ich hätte es umdrehen können. So ein Schisch. Aber hier wäre ich, glaube ich, nicht mehr weitergekommen, oder? Wäre ich hier noch weitergekommen? Wie hätte ich denn? Ich habe es geschafft, so ein Try-Movement. Nein, ich bin ausgeschieden. Ha, geschieht dir recht. Ich bin Dritter geworden. Nein. Du bist den Namen Schurgei nicht wert. Doch, ich bin der original Schurgei. Du bist höchstens der mexikanische Schurgei. Aber du bist genauso amerikanisch. Jo, hilft jo nix. Okay, ich habe eine 2 und jetzt darf ich noch eine 2. Und noch eine 2. Ja gut, eine 2. Also insgesamt 4. Wer ist eigentlich Erster? Bowserfeld. Nein. Du wirst 4-Fälle nach vorne geworfen. Danke. Oh, Tiki. Richtig ringgeschissen. Ich bin Dritter. Du bist Vierter. Ja. Ne, ich bin Fünfter. Geben wir uns einen echten mexikanischen Fight? Minengefecht? Ach, das ist der neue Spielmodus. Was musst du bei dir machen? Grabe dich durch den Stein und versuche alle anderen Spieler zu töten. Erze geben dir. Okay. Das ist wie so, keine Ahnung, Lucky Block mäßig die Erze. Oh Gott. Hä, ich habe TNT. TNT. Ich habe die ganze Zeit das über den Block laufen. Ich höre die ganze Zeit hier. Oh, das zündelt sich ja gleich. Ah, jetzt sehe ich die Spieler. Ach, ich bin selbst reingelaufen. Ich flachpfeife. Ja, du olle Flachpfeife. Sorry. Es war ein Tri-Move. Ich kriege übelst viel TNT, aber... Ja, ich auch. Oh, Leute, jetzt werden kurz alle Spieler angezeigt. Ich höre, wer neben mir. Ich höre, wer neben mir. Oh, ich habe einen. Der Spielmodus ist richtig nice eigentlich. Ah, da kommt noch einer. Oh, da ist noch was da wieder. Ja, da habe ich auch noch. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich glaube ja nicht, was du da sagst. Äh, where are you now? Atlantis. An deiner See? For you to see. Oh, der hat volle Rüstung. Hey, der war noch unter mir. Ich bin ausgeschieden. Ja, GG. Oh, Mist. Ja, hier ist einer. Hier ist einer. Den hole ich mir. Den putze ich weg. Nein, von hinten abgestaubt. Nee. Den nicht ein. Wie mies der eine kämpft einfach in so einer Ecke und wartet, bis da Leute kommen. Oh. Richtig sad about the story. Wer ist Erster? Wer ist Erster? Und eine 2. Und eine 2. 2. Oh, ich glaube, ich habe die kurz gesehen. Mann, schade. Schade, Schokolade. Ich bin 21. Oh, ich bin 19. Oh. Ich hole dich noch auf. Keine Sorge. Du hast wieder auf. Jetzt brauchen wir nur 10 Felder. Es wird gespielt. Slime Jump. Doodle Jump. Oh Gott, meine Haare sehen unter dem Sombrero richtig fertig aus. Wow. Wow. Doodle Jump. Oh, come on. Jetzt muss ich mal was reißen. Ich bin normalerweise gar nicht so schlecht in dem Spielmodus. Komm. Nein, ich bin die ganze Zeit daneben. Was ist da das? Komm, 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 komm. Hä, jetzt. Nein. So, jetzt aber. Wow. Nicht schon wieder. Jetzt darf ich wieder ganz unten anfangen. Ich hasse diesen Spiel. Eigentlich bin ich immer richtig gut in dem Spielmodus. Ich habe nicht irgendwelche Probleme. Au. 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 Ich klatsche die ganze Zeit gegen die Decke. Au. 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 Ist weiter geworden. Oh, nee. Ich bin immer noch am Anfang. Nein. Jetzt bin ich wieder unten. Ich hasse diesen Spielmodus. Was ist das? Oh, jetzt geht es ab. Hey, werde ich jetzt doch. Oh, ja. Ich wollte es gerade sagen. Jetzt müsste normalerweise zu Ende sein. Oh. Okay, jetzt darf ich zweimal würfeln. Jetzt überhole ich dich. Nein. 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 Nogo, mach mir die Augen zu. Dann siehst du, wie du mich überholst. Siehst du es? Siehst du es? Eine 3. Und ich darf nochmal würfeln. Eine 5. Nein. Der hat mich wirklich überholt. You are the man. Hello. Bin ich an nichts? Ich bin Fels 27 und du? Ich bin 24. Uh, wir sind ein ganz Stückchen zurück. Oh, oh. So, jetzt. Hä? Was spielen wir jetzt? Ja, verabschlacht. Das ist cool. Oh Gott. Das ist richtig cool. Mein Rekord 1203. Boots, 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 Boots. Ich liebe dieses Spiel. Das macht so Spaß. Ich bin bis jetzt euerster. Ah, jetzt bin ich schon ewig zurückgerutscht. Das ist nicht gut. Das ist richtig unoptimal gerade. Hä? Hier ist was in die Luft gegangen. Ah, wieso bin ich jetzt so weit hinten? Willst du da oben haben? Geh mal weg hier. Granate. Farbspur. Ach, ich muss das einsammeln. Shotgun. Boots. 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 Ich liebe die Shotgun. Hier ist nochmal einer. So, Farbspur. Okay, jetzt. Hä, lol. Wie schlecht bin ich denn? So schlecht war ich ja noch nie. Wo lebst du noch? Ja, ich schreit mich gerade übel zu sein. Ah, du bist Zweiter? Ah, ich war... Nein. Ich bin erster. Nein, ich war gerade so dicht hinter dir. Ich war gerade Zweiter. Wenn du jetzt gewinnst, dann fress ich dir live. Oh mein Gott, ich hab meine Kopfe rausgerissen. Entschuldigung. Okay. Eine 2 und... Eine 5. Ah, gut, damit... Und eine 6. Nein, jetzt. Nein. 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 Nein, hast du nicht. Nein, hast du. Nein, nein. Fällt über dem Ziel, steht bei mir. Nein. Oh, ich bin dritter. Als ob du jetzt erster wirst. Finde ich nicht gerechtfertigt. Das überarbeiten wir mit Photoshop. Das wird schon. Was lachst du jetzt so? Sehe ich jetzt... Nichts. Nö. Fühlt sich gut an. Was fühlt sich gut an? Gewonnen zu haben. Das glaube ich nicht. Wo ist denn dein Shugai-Skin? Shugai. Shugai, Shugai, Shugai. Shugai, Shugai, Shugai. Da merkst du mal, dass ich der echte Shugai bin, ja? Ne, du stinkst. Ich gehe mal ein paar Schritte zur Seite. So, Leute. Das war's mit der Folge von Mario Party. Wie ihr sagt, ich bin jetzt ein paar Schritte von Logo weggegangen. Geh mal weg hier. Du stinkst mir. Geh mal weg. Du stinkst. Und ansonsten hoffe ich die Folge. Ja, das ist ein Falschrappelhof. Bye-bye. Link unten in der Videobeschreibung. Ich muss jetzt ein Sombrero abnehmen, dass man mal meine Haare jetzt anschauen kann. Alter, die sehen ja richtig fertig aus. Wie geleckt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ringgeschirr. Ciao. 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 Ciao.